Wenn du den Großschutz loslässt, fliegst du ins Wasser. Also nicht loslassen. Eher dichter nehmen. Beinchen zusammen. Beine zusammen. Und wenn jetzt der Rumpf zu weit oben ist, lässt du dir ein bisschen locker. Die blaue, die an dir hängt, ist die Cunningham. Die macht das Säge flach oder bauchiger. Wenn du die dichter ziehst, wird es flacher. Wenn du es aufmachst, wird es bauchiger. Wenn wir zu viel Druck haben, wie jetzt, kannst du die blaue noch ziehen. Mit der anderen Hand. Die lass dich dicht lassen. Und jetzt mit der anderen Hand da dicht ziehen. Aus dem Mast ziehen. Die Mast. Genau, vor dem Ding. Zieh dichter. Du siehst da die Skala. Bei viel Wind fahren wir circa hier mit diesem Strich. Bei wenig Wind ist dieser Strich circa da oben. Das Ende vom Segel. Das heißt, ich sag dir immer wohin. Ich komme jetzt zu dir mit. Raus ins Trapez. Dichter der Segel. Genau. Ausstrecken. Probieren wir die Füße weiter zusammen zu geben. Okay, weiter runterhängen. Weiter runterhängen im Trubetz. Ja, genau. Dichter. Dichter der Segel. Genau. Nicht aufmachen, nicht aufmachen, nicht aufmachen. Das fallen wir runter. Wie halte ich es da unten? Muss ich es einhängen? Na, du hältst das gar nicht an. Das wird immer kalten. Schau mal. Gibt es nur kurz? Du fährst so. Mit der hinteren Hand so. Und mit der vorderen Hand kannst du es einmal umwickeln. Oder halt so. Die hintere ist ausgestreckt, damit du sie entlastest. Ja, genau. Genau. Und so arbeitest du. Machst du auf ein bisschen. Kannst du mehr Canning-Camp ziehen? Die nie loslassen dabei. Mehr Canning-Camp. Mehr, mehr, mehr. Achso? Aufmachen? Nein, nein. Dichter. Dichter. Als nächstes drimmen wir von hier außen die Rotation vom Mast. Das heißt, von hier dreht sich der Mast raus. Siehst du das? Und so dreht er sich wieder rein. Last but not least, von da draußen, was wir auch sehr viel drimmen, ist das Schwert. Schau mal runter auf das Schwert. Wenn ich da anziehe, gebe ich das Schwert weiter runter. Ich gebe weniger Lift rein. Wenn ich auf der anderen Seite anziehe, gebe ich mehr Lift rein. Und hier oben sind die Grat beschrieben. Am Ruder haben wir so etwas ähnliches. Und je nach Welle und je nach Wind verändern wir das die ganze Zeit. Okay, nicht so weit. Schau, dass der Rumpf stabil bleibt. Richtig. Genau. Und jetzt fahren wir mal ganz normal, so wie wir fahren würden. Dichter, der Segel. Runterhängen. Runterhängen. So mit dem, gell? Und ganz runter, ganz runter. Ja, pass, genau. Jetzt hängst du ideal. Und jetzt darfst du uns aber nicht mehr versenken, weil sonst hängen wir im Wasser. Dichter nehmen, der Segel. Genau. Nicht so dicht. Du musst die ganze Zeit arbeiten. Das ist nicht still. Immer dicht auf, dicht auf. Das ist wie ein Pumpen. Stell dir vor, du pumpst irgendwas. Und das ist die ganze Zeit ein Arbeiten. Auf, zu, auf, zu. Und auch bei der Welle müssen wir uns nach vorne oder nach hinten bewegen. Okay. Als nächstes können wir jetzt probieren, schon vielleicht auf die Vos zu gehen. Damit wir auf die Vos kommen, müssen wir mehr Lift in die Schwerter reingeben, okay? Das heißt, wir hängen uns ein bisschen rauf. Leicht. Damit wir uns nicht versenken. Ganz leicht. Ja, reicht schon. Ich nehme die Großschulder ab. Du hältst dich einfach nur an der Canningham fest, damit du nicht über Bord gehst. Weil da kommen Fliehkräfte. Geben mit dem Fuß nach vorn. Ich gebe mehr Lift rein. Wir geben da mehr Grad ran, damit wir besser fallen. Und du wirst sehen, wie das Boot gleich beschleunigen wird. Und du musst dich dann halt festhalten, okay? Ja. Zurück mit dem Gewicht. Ja, so passt. Und wir sind in der Luft. Wuhu! War's okay? Jo. Halt dich fest nur. Ich bleib kurz stehen. Halt dich einfach fest. Okay, jetzt langsam. Geh nach vorne und fädel dich aus. Mit dem Kopf auf die andere Seite. Schau mal, wo dein Trapez ist. Ja, genau. Jetzt bist du immer noch eingängst. Ja. Okay, komm zurück. Warte, warte, warte. Immer deine Hand. Komm wieder zurück. Ey, ihr wollt sich gerade umbringen, oder? Was ist passiert? Ah, du bist nach vorne geflogen. Man hat mich mitzogen. Das ist mich festgehalten an mir. Okay, siehst du, nicht so einfach. Okay, wir probieren es nochmal. Achtung, und wieder... Points! Bam! Oh mein Gott! Und drin ist. Okay? Geschafft! Yeah! Pass! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dein Fuß, dein Blutiger? Ja, ich bin überall aufgeslifft. Seit! Ist ja nichts. Keiner Kratzer. Ja? Danke für die Fahrer. So ist es leider beim Seelen. Ja, du müsstest beantworten mit nein, man kann nicht mit dir zurückfahren. Ich glaube aber, du warst mutig. Du hast dich gut angestellt. Ich glaube, ich bin bemüht. Aber fragen wir am besten den Experten, Coach Angelo. Was denkst du? Wie war seine Leistung? Honestlich, gestern hatten wir bereits eine kurze, private Gespräche. Und ich empfehle ihm, dass er mit dem Video weitergeht. Ich weiß nicht, warum er so glücklich macht, es öffentlich zu machen. At least, er ist ehrlich. Nein, in any case, ich denke, ich denke, dass er gestern war, das erste Tag auf der Trapeise. Und nicht auf einer langen Barsche. Er war auf einem katamaranen fallen. Und Tom war nicht wirklich in der Situation zu retten. Er war hart, als Dominik war ein Experten. Und so hat er einige Konsequenzen passiert. Aber ich denke, dass er die absolut erste Erfahrung macht, hat er ziemlich gut gemacht. Ich glaube nicht, dass ich das Video für den ersten Tag machen werde, wie er gestern war. Und Babsi, als Vorschotter-Expertin, was ist dein Resümee? Er hat es überlebt, muss man sagen. Ich bin stolz auf ihn. Er hat nur ein paar kleine Kratzer davon getragen. Das ist mir sehr wichtig, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich glaube, mit ein bisschen Übung wird es dann auch besser ausschauen, wenn er öfter aufs Boot hüpft. Ich fand die Zusammenfassung mit ich habe es überlebt, war eigentlich eh sehr treffend. Auch mir kam es so vor, dass ich es gerade so überlebt habe. Und du hast mich definitiv nicht geschont. Danke dafür. Die Erfahrung war unglaublich. Und nein, man kann vor allem nicht in 15 Minuten lernen. Ich nehme alles zurück. Blues Wir sehen sie und stehen so vor... Michael Ihr möchtet Wir sehenFilmen Actually